Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Erkennigung. Morgenabend hat das Wirtshaus wieder auf und zwar um 20 Uhr auf Twitch. Da geht es für mich dann wieder im Tavernmanager Simulator ab hinter den Tresen, um eure durstigen Kehlen und hungrigen Mägen bestmöglich zu versorgen. Und ja, natürlich würde ich mich wieder freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie werdet. Sei es im Chat oder sei es natürlich auch gerne wieder direkt als Gast im Spiel. Hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht beim letzten Mal. Und ja, da würde ich definitiv ganz gerne auch wieder anknüpfen wollen daran. Von daher, wie gesagt, morgenabend 20 Uhr Tavernmanager Simulator einschalten nicht vergessen. Und jetzt aber erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Kommt gut rein und dann bis morgenabend, wenn es wieder weitergeht. Macht's gut bis dahin. Servus.